Musik Los, go, start! Ich bin nicht einfach so! Here we go! Die Landschaft und so finde ich voll geil. Das ist fett. Bis jetzt ist es einfach nur ein bisschen chaotisch. Du kannst einfach nicht gewinnen als Rebell. Ja, und du spielst brutal gut zusammen. Lass das in Ruhe! Nein, ich habe es vergessen. Oh, BK wird es einmal auf Vader sein. Ein einziges Mal. Was ist das denn? Ich denke, ihr habt den Killer gefunden. Ich habe es gefunden! Ich habe Vader gefunden! Oh, nice. Vega, save mich! Wo? Ich muss mich schnell... Ja, mach! Und dann kannst du dich auch nachher nur brauchen, glaube ich. Alter, wo bin ich denn, Mann? Vega, ich bin gleich bei dir! Oh, die X finde ich einen Migrant. Hallo! Hallo! Ja, das Problem ist, dass ich noch gar kein Gegner. Weg, du! Wer meinst du packen? Ja, für den Didi. Ja, ich gehe nach vorne und hole sie mich! Ouch! Ich gehe nach dir einen Scheiss Schuss ab und jetzt geht es los! Und... tot ist er! Boink! Schon zweimal schnell zwei Weckschlitzen mit dem Laserwurm! Ich bin gleich in die Luft gejagt worden! Aber, wie ist die Granate kommen? Nein, das geht nicht mehr. Wieso hätten wir nicht geholfen, ich habe nicht gemacht! Ja, ich bin gleich in die Luft gejagt worden! Ja, aber die andere Jungs! Die sind ja jeder Scheiss kertig, ich bin ja jeder Scheiss kertig gewesen. Was habe ich hier? Verdammte Sniper-Gewehr, mann. Oh, ich kann doch jetzt jeder einen sehen. Oh! Weisst du, der Ding, der... Wer heisst der? Luke! Ja. Fuck! Fuck you motherfucker! Äh... What the... Äh... Und zwei Sniper von hinten. Merci. Ja, vor allem, weil ich es vermisse im Vergleich zum Battlefield, dass du das nicht so weisst. Zum Beispiel, wenn du in eine Deckung springen kannst und so... Ah, jetzt... Oh, da ist der Luke. Der Killing! Nein, jetzt hätte ich ihn gar nicht umbringen können. Ja, dahin ist ein Killgacker. Shutdown! Los! Shutdown! Vielleicht den Rechtsklick kannst du abwehren, wenn er hilft bist, dann. Und so zu gewinnen. Ah, der Helst erwartet hat. Yes! One-Hit! Ich bin ein Reelstone Trooper! Ich will nicht! Ich treffe nichts. Ich treffe nichts! Huh! Haa... Fascha... Was ist das so? Go his neck back, Dirk! Und er ist weg... Hey go! Stopp! Das, was ich jetzt habe, ist einfach so OP. Fangen wir da rumkommen? Die ist echt schwierig. Ja. Es ist echt behindert, dass wir keine sind. Ja, also irgendwie Level 5 oder so. Hast du glaube ich Post oder 4? Die kommen da rum. Ja, so in einem gewissen Rank ist es dann aber. So, da ist mal einer weg. Jetzt läuft es langsam. Ja, es ist einfach, weil wenn du Rebell bist, bist du einfach so am Arsch. Du kannst einfach nichts machen. Oh. Und da. Ah, von hinten? 2 cm aus dem Berg? Ähm. Ah, da oben sind sie zum Campen, Mann. Das gibt es doch nicht. Jetzt gehen wir mal suchen, ey. So ein Perk kommt. Aber das mal war. Oh, wir müssen überleben. Komm. Wir müssen auf den Berg hoch, Mann. Oh, die auch nichts. Ich komme mal diesen scheiss Berg hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das geht nicht. Aus diesen Dinger kannst du nicht unterscheiden, oder? Das Wellen. Oh, da ist wieder er. Da, die von da. Schützt du uns an. Schützt du, kannst du in der Regel schon mal. Nein, nein, das Schutzblast da oder was auch immer. Oh, ich sehe, da habe ich nicht. Hey. Nein, das stimmt. Er sichert genau auf Stage 2 zu. Ich gehe auf den Berg. Es sind immer noch die. Ich komme irgendwie nicht auf. Ich weiss nicht, wie sie das geschafft haben. Oh, der Luke. Ja und tot. Oh mein Gott. Die können einfach nicht oben bleiben und runterfädeln. Hey. Und jetzt haben sie sogar noch eine Chance, dass sie gewinnen können. Das gibt es gar nicht. Ja. 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 Also was kannst du schauen, wenn du einen Partner hast, der mehr Zeug hat. Ja, ich habe schon versucht. Aber in diesem Fall hatte es zum Beispiel auch niemand. Ja, okay. Ja. 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 Oh Gott. Ich habe eine Reaktion. Im Visier siehst du aber nicht die Nähe zu liegen. Ah. Aber nicht so richtig. Jetzt hat man uns schon einen Walken geholt, das ist krass. Der ist jetzt auch tot. Eben, einer war die ganze Zeit an der Scheiss-Satelliten-Schüsse und die niemanden wegfetzt. Ja, Nummer 2. Hey, die können sie gewinnen, krass. Ja, die spielen doch jetzt einfach noch schneller. Es ist Next, Uplinks. Wir müssen einfach die Uplinks kaputt machen. Die dürfen wir jetzt nicht reinnehmen. Und das ist der Satelliten-Satelliten? Ja. Jetzt wird schon eine E-3 noch. Oh, wird beschossen. Ja, aber wie die gerade sehen, wo ich bin, das geht jetzt echt nicht. Ich bin jetzt in einer offenen Satelliten-Fahne. So, los. Hacks wegen. Du bist mit den Zerstöttings, denn niemand geht in das Scheiss-Lager rein. Das können wir mit den Leuten verrenten? Ja. Halt, du untergebt die Eid. Nope, not really. Ich bekomme den Fläder. Die sind blau-Bobben, oder? Ja, der ist immer noch am anderen Ort im Fall. Ja, eben. Aber ich sah schon die ganze Zeit. Nein. Oh mein Gott, das ist der Scheiss-Wixer-Koll. Luke Skywalker-Schnitz-Schnitz. Ja, so läuft das an. Der ist ja richtig gay aus, da sind wir eben. Der ist ja richtig gay aus. Der ist ja richtig gay aus. Genau. Nein. Nein. Oh, Eid, jetzt geht's los. Vielleicht. Vielleicht. Nehmen wir ihn noch. Ja. Insel bin ich tot. Ich habe immer getroffen, ey. Trefft einfach gut. Mhm. Du bist einfach ein fucking Sniper, ey. Mhm. Vor allem nicht nur so einen Einserschuss-Sniper, ey. Oh, das ist gut. Äh, der Sniper macht wirklich irgendwie 90 Labo, dass er passiert hat. Ja, ja. Zum Glück habe ich gerade den Schimpf bekommen, aufgestellt. Es ist nichts passiert. Oh, Mann! Auf dem Berg ist wieder einer. Die holen nach der Scheiss und nachher die Defense. Und wir sind noch nicht wie behindert hier unten. Jetzt fass dich mal mit dem Scheisshaar. Ich bin nie einer. Ah, da unten ist ein scheiss Satellitenschiss. Yep. Oh mein Gott, Mann. Ah. Ah. Jo. Wo hat mich jetzt David wieder geteilt? Wie sind die ganze Zeit auf dem Scheissberg mit ihren Scheiss-Jump-Packs? Ja, geil. Ah, das. Jetzt ist klar. Jetzt. Ja, ich habe mich vorher gefragt, wieso es die überhaupt nicht aufkommen. Mit den Jump-Packs? Ja, das sind so. Oh, ich kann jetzt verfliegen. Ja. Hä, jetzt haben wir es wieder nicht aufgenommen. Du musst es auf... wenn es aufgenommen ist. Ja. Jetzt nimmt es nicht auf. Ich glaube nicht. Passiert nicht. Ich will, wenn du etwas drin hast. Dann kannst du nicht noch etwas Neues nehmen. Ich kann ja nicht. Und dann hat es vielleicht jemand anderes gesnackt oder so. Das hat es mir nicht angezeigt. Kann ich jetzt... Hä? Ah, ich weiß. Ah, ich weiß. Oh, 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 oh. Ich bin jetzt schon low. Ich bin gleich neben einem Spawn. Ich bin jetzt verarscht. Aber haben die nicht grundsätzlich die gleichen Waffen wie wir? Ja. Irgendwie nicht ganz. Also, wo was Stärke herbelangt. Also, ich habe jetzt so ein Gefühl. Und ich griffe mich einmal und ich bin gut down. Keine Ahnung. Zeig dir. Ja, ich soll mit der Luft mit der Lounge schon abfallen. Ja, GG sind gewonnen. Schau uns, AT, AT oder. Yo. Aber schnell gegangen. In dem Fall. Es ist eigentlich nur nicht richtig balanced. Nein, es ist... Was? Es ist eigentlich nur nicht richtig balanced. Wenn man nur eine machen, dann weisst du das. Ja, ja. Denn länger mag ich mich eh nicht mehr konzentrieren. Immer mehr. Ich habe es nicht gesehen. Ja, es ist gut. Mein Name ist Jesus. Ja, ja. Jeder interessiert mich nicht mal. after die andere Redunge kurzure. Ich bin immer noch von 3. Ciao. Wie ist es NIepa uplift? Ich bin der Vor Saball. Erotto haben wir sieht schon. Ich bin schon aber nicht No, no, no.